ja dieses mal bin ich in einem single draft das heißt ich habe ja nur 3 glaube ich zur auswahl war doch so ohne mal sehen dieses jahr aussieht 17 25 natürlich mit 14 20 5 warte der ist level 5 und hat 75 spiele der hat mehr spiele als ich oder doch ja klar 24 14 14 27 8 level 8 bei 139 spielen das saison level oder sowas irgendwie komisch vor merkwürdig tja ich müsste jetzt ein paar siege einfahren sonst tja mann 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 wieso sind auf einmal zwei leute gleichzeitig rausgegangen weißt du was jetzt lege ich es mal drauf an jetzt lege ich es mal drauf an und spiel kursa naja wieso nicht der schneidet sonst immer ziemlich gut ab das ist das finde ich immer schade dass man das nur machen kann in der auswahl ich muss auch mal dran denken dass ich das mache äh wenn wenn ich dann wieder mal volle auswahl habe wenn ich dann wieder mal volle auswahl habe klar jetzt habe ich nicht mehr genug für die schuhe äh eine rolle klar er geht in die mitte gehe ich nach unten dann bin ich auch nah an dem dran so was haben wir hier überhaupt woher steht auf dem boden wo durch einen griff voll eben ausgelöst welche umgebung ein kampffähigkeit äh ein angriffstempo von einer anzahl von auf aufeinander folgenden von aufeinander folgenden angriffen klar in den vielleicht also dass auf den selben gegner mehr schaden der zwischen noch gesetzt ok dann nehmen wir mal die schnelle schlagkombie was ich bin schon hm klar ich habe natürlich jetzt auch gelesen gehabt go to ähm yes wollen wir doch mal sehen take it yes hm ja dann komm mal auf bot und äh die battle beginnt auch weiter die 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 ok auf geht's ich hoffe ich versage jetzt nicht als ursa so wie der andere spieler das wäre natürlich was hat der denn jetzt vor wieso ist da denn jetzt eine Rune aufgetaucht ok hier ist natürlich ähm ich bin ja er ist natürlich auch irgendwo in curry das muss man natürlich auch leisten hm ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin das nervig Let them see our teeth So, wir machen nichts aus Um Kicks zu gehen So, jetzt laufe ich zurück Ist immer das Burscht Komm ich das Hitti, das nicht Oh, ich glaube ich weiß warum Weil das scheiß teuer ist Ähm Die Maske ist glaube ich auch Recht gut, dass man damit Anfängt Verdammt, ich bräuchte mehr Leben Oder mehr Lebensregeneration Auf jeden Fall Lockriert mich nicht alle So, nöheh So, nöheh Man, 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 man Nachteil an einem A-Tamper Man muss eben wirklich Was wirklich rangehen Das kann ich eben nicht Ich kann die volles Leben haben Oh, ja, ja, ja Das ist gut sanf Hm Hm Das ist so ein Bullshit. Kann ja nicht sein, dass die mit dem Ursa sonst immer hinten stehen und warten, dass irgendwie... Jetzt wird's interessant. Jetzt habe ich die, dass ich Wunden schlagen kann. Jetzt wird's interessant. Alleine ist es schon schwieriger, mich umzubringen. Ich will aber ein Level haben. Deswegen... Setup um, ich bin unter attack. Setup um, ich bin unter attack. Setup um them. the enemy is near. Let them see our teeth. ... Was ist denn? Tja, ja, ja, so, Alter, Mensch. So, nö. Nicht genug Mana hat, ist das schon ein bisschen ärgerlich. Schaden pro Angriff 20 mehr. Nicht schlecht. Okay. Frage, haben die Unterstützung dabei? Ja, ja. Oh Mann, 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 Mann. Ja, sehr gut. mein gott ist das gemein jedes mal habe ich natürlich gerade so einen gegner der mir probleme bereiten kann definitiv viel da ist aber das kostet natürlich auch ewig viel was ist das denn? deine top-tower ist unter attack mann 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 ist ja echt ärgerlich so drauf zu gehen ist ja nicht so als würde mich jeder tot irgendwie stärker machen können oder so das wäre ja lächerlich so ein charakter ist warum stirbst du zehnmal bist du total ok und naja macht ja keinen Sinn eigentlich müsste ich mal nicht aber ich hab nicht mit mannach in der generation um das durchzuziehen fehlt mir einfach nein 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 wo ist eigentlich meine unterstützung Ein wenig spät. Ein wenig spät, würde ich fast schon sagen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. So ein Müll. Ich dachte, ich würde mit Ursa nicht so oft drauf gehen, wenn man jetzt, ähm, fast schon peinlich, dass ich das gesagt habe. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ach, Leth Prophet. Oh man, was ist jetzt los? Das ist so ärgerlich. Ich komme einfach nicht auf Level. Nein, 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 nein. Das ist so unmöglich. Ich brauche dafür keinen Mana. Wow. Wow. Ja, auf Level 6 kannst du hier... Oh, äh, später. Ich muss schon sagen, ich allein bin ein bisschen, äh, kacke. Nee, nee, Shooter hatte ich eigentlich nicht vor. Shooter hatte ich eigentlich nicht vor. Ich höre, die Spiriten, die mich kenne. Seid mit mir. Dein Mitteltower ist unter Attack. Wie lange hält das denn an? Dauer, vier Sekunden. Vier Sekunden kann reichen. Tja, da merkt man richtig, wenn man mich klein hält, als, äh... Was ist das denn so? Und, äh... Nein. Tja, da wird es zu tun. Wir werden wir das. Hast du? Hast du? Du hast du? Hast du? Let them see our teeth. Wenn ich mal endlich hier... Ich hab jetzt ja geprüftet... Nein, Mann. Hey, Überraschung. Ähm... Was zum... Hä? Was soll denn der Mist? Der kann ja nämlich den Silencer... Was solltet ihr? Der敵 ist näher. Ähm... 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 Ja, ich bin schon sehr gut. Wow. Uh. Hm. Man, 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 man. Was ist das denn jetzt hier? Ich muss jetzt gerade noch mal ein bisschen Level machen. Ja. Oh. Der ist gerade nicht mehr viel. Das Problem ist einfach, ich habe jetzt überhaupt keine Mana. Das müsste ich einfach mal sowas von ändern. Ja, komm schon. Wieso habe ich denn die Schuhe geholt, wenn du dann nicht schnell laufen kannst? Hm. They're here. Hehehehehehe. Okay. We fight as one. On notice. Nee, da muss ich rauskommen. Da muss ich rauskommen. Ich verdach noch mal. Nein, ich bin irgendwie gefokust von irgendwas. Was? Verdammt. Kann ich knicken so weit? Kann ich doch gar nicht. Tja, das könnte ich noch hinbekommen. Wieso ist das eigentlich, dass da alle auf Bord rumhängen und... ... ... ... ... ... ... Oh, verdammt. oh man kommst du nicht mehr klar da spielst du schon ich dachte ich könnte ursa relativ alleine spielen aber keine ahnung die hatten wir geben als ich ja komm schon verdammte hake ja mann was hätte ich denn machen sollen ich konnte ja keine attacke auslösen weil ich irgendwas mich über fünf kilometer stung gemacht hat mann so im kaiser mann das bringt ja jetzt auch nichts mit dem nach zu rennen verdammt 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 oh jetzt bin ich grad dran oh oh mal kurz warten kurz warten am besten gehe ich komplett zurück einmal mal dann ich meine es sieht zwar so aus als würden wir gewinnen aber ich bin ich denn mal kurz es ist ich bin ich dann ich bin ich auch schon wieder total für den Arsch. Das ist vielleicht schon wieder weg, weil ich keine Mana hab. Oh, ich eh schon wo sie kommen. Ja, ja, ich hab's gesehen. Weg! Wie können die denn? Stun? Stun? Betäubungsdauer? Steht das da? Es ist so ätzend, wenn man kein Gold zusammenkriegt. Boah, verdammt, wieso krieg ich das nicht hin? Ich muss nicht schlafen, bis die Gefahr weg ist. Am, 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 am. Wir werden. Verdammter Huckermann. Geh auch. Huck. Steht es auf der Wand! Drax im Intruders! Verdammt. Was ist dieses scheiß Silence hier der Mal? Das verdammte Mal. Die Flucht sind zu. Sie sehen, dass sie das Teufel sehen. Die Mittelfinie ist unter attack. Wer dritte? Die Mittelfinie ist unter attack. Das ist jedes Mal so ärgerlich, wenn es einfach von Anfang an nicht klappt. Right. Interloper! No shit! Alter Schwede. Das ist so nervig, dass es einfach nicht funktioniert. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Er hat so viele Türen. Ich öffne eine. Was ist denn? Was ist denn? Sand King habe ich... Bei dem bin ich gar nicht gestorben. So gut wie gar nicht. Ich bin mit den Omnisien. Ich bin mit den Omnisien. My mind. No humans! How bend their flesh? Ich bin mit den Omnisien. Ich bin mit den Omnisien. Was soll man denn da machen. Ich... Ach, Mann. Was soll man denn da machen? Kommt mal dahin. Wird gestunt. Dann kommt ein anderer und haut dir voll auf die Fresse. Ich weiß aber nicht, ob das unbedingt hinhaut. Die werden wahrscheinlich auch nicht begeistert davon sein. Aber was ist? Ich weiß nicht, irgendwie, die sind ja schon einer weniger. Wer ist denn Omni? Was zur Hölle, wieso bin ich hier in der Ecke komplett silent? Ich weiß nicht, dass die nichts gegen mich sagen. Mein Gott, wenn ich mal genug Heilung für den ganzen Scheiß hier hätte. Also, kaum hat man mal einen Moment alleine, dann funktioniert das auf einmal. Was? Sand King ist 20? 21. Und das, obwohl einer raus ist. Perfektes Beispiel. Einer weniger und trotzdem hauen sie ihm noch voll auf den Sack. Könnte ich ihm noch nicht mehr Schaden zufügen, ja. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Für die Forrest. Ja. Ja. Das ist schwer. Genau. Du bist ja. Ja. Hm. Irgendwie Mühe. Irgendwie total der Mühe. Ich dachte, ich hätte schon mal irgendwie was zusammen, aber da waren wir schon wieder nicht. Ah, natürlich, wenn einer fehlt, kriegen die natürlich auch mehr Gold. Ich muss mich aufklären. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ist gut. Ich silenzte mich eben und da bringt ihr genau ziemlich wenig. Das Problem ist, wie können die das über die Entfernung machen? Na, die haben doch bestimmt irgendwas, was den Zauberreich weiter erhöht. Komisch, die sind zwar extrem stark und trotzdem schaffen wir es irgendwie immer wieder zurückzuwerfen. Alter, ich brauche dringend mehr Regeneration. Was ist denn das? Hier? Ich habe gerade dich aufhörst. Mhm. Hm. Was fangen die jetzt an? Ich... Oh, klasse. Und das bringt uns jetzt was? Dass wir mehr Gold kriegen und das ist jetzt ein Vorteil, oder wie? Was habe ich denn jetzt? Was habe ich hier rechts draufgeklickt, oder wie? Ich dachte, ich hätte die Maske gekauft. Hä? Wird ich da wenigstens ins Bewegungstempo, oder was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du hast die Maske in der ersten Lage ist. Sandfing, na klar, jetzt will ich mich mit dem anlegen oder was? Oh, das kriege ich ja gar nicht mehr wenig hin. Was steht da da immer noch? Natürlich nicht. Was hab ich denn hier alles für? Wow. Sie konnten selbst 58 Heilungen nichts ausrichten. Das ist ja total daneben. Wie soll ein T1 eigentlich bestorben? Wieso da reingehenge? Ja, genau. Was fangen wir denn mit dem Scheiß an? Das ist echt unglaublich. Ah, du bist gestorben und das Netz. Wir müssen jetzt wieder bei 25. Mann, 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 Mann. So wird er doch nicht mit hier. Was? Was ist das? Was gucken wir denn hier? Schön, Gift. Hätte ich mal vielleicht am Anfang lassen können. Mana Regeneration. Das erste Mal, dass man Lebensregeneration bekommt, oder empfohlen bekommt, sagen wir mal, ist hier. Ich hab keine Ahnung. Warum? Ich hab richtig, müsste das viel früher sein. Ich hab richtig, müsste das viel früher sein. Ich hab richtig, müsste das wieder schon... ...echt früh eigentlich. Ah, andere reinfallen, ich weiß. Ich bin ja auch noch so langsam. Oh, da hab ich was anderes gesehen. Ja, Mann, Sand King. Ich wollte mich wieder fertig machen, blöd, Mann. Da ist er ja. Ist er ein King? Ich hab richtig, mein Schuhe hier. Ich hab richtig, mein Schuhe Bye. Dein Schaden pro Welle ist unter Attacken. Wichel schade! Dein Schaden ist unter Attacken. Dein Schaden ist unter Attacken. Dein Schaden ist unter Attacken. Dein Schadenke. Stimmt. Nee, ich bin jetzt bei 60. Dein Schadenke. Dein Schadenke. Meine Hibernation endet. Dein Schadenke. Dein Schadenke ist unter Attacken. Alt und süß. Es ist noch nicht der Zeit! Ich bin nicht bereit! Du hast eine Mortalität! Ja! Gegen alle Streifen! Oh Mann, das sind 30 Sekunden! Werde gegangen! Jetzt brauche ich nur noch was? 300 oder wo? Die kleinen Tauern hat fallen! Deine dritte Tauern ist unter Attack! Die haben vielen Geistern! Deine dritte Tauern hat fallen! Wurde mir schon öfter gesagt, dass man lange spielen muss! Bis man... Bis man das irgendwie hinkriegt! Man muss wirklich sagen, es ist viel schwieriger als... ... oder so! Tja, jetzt sieht man schon... Die Meister haben hier an Mana verloren. Wow, 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 wow. Mist, ich dachte, ich war weit genug weg von den Wellen. Na, nur ganz schön verkehnte Geld ist wieder. Tja, das geht jetzt schnell. Hier. Es ist doch schwerer, Urla zu spielen, als ich dachte. Ich kann wirklich sagen, das ist, ähm... Tja. Wirklich? Wirklich nicht einfach, so. Naja, das hatte ich mir mal angeguckt, dann. So, es ist eigentlich alles zweites. Ah, Musik, okay. Äh, Moment, nein, ich war ja... Disruptor. Mal sehen, ob ich den in der nächsten Runde irgendwie mal kriege. Vielen Dank.